hey leute frank hier schön euch wieder zu sehen in dieser videoreihe stelle ich die neuen fractal audio factory presets vor heute zeige ich euch die nummer 121 bis 125 und am ende des videos spiele ich wie immer mit einem der gezeigten fünf presets einen song viel spaß das preset 121 heißt mf euro einige fractal user wie leon todd mark day larry mitchell oder auch ich dürften etwas zu den factory presets beitragen dieses preset stammt von marco van ton und verwendet den euro red modern und den shiver clean das sind die models vom bogner shiva und vom bogner ecstasy die ms von reinhold bogner sind unglaublich vielseitig und können für alle stile benutzt werden bekannte user sind steve lukeather andre nieri steve y oder jerry cantrell ich spiele jetzt szene 8 und szene 6 mit viel reverb und plex delay und 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 Musik Preset 122 heißt Smallbox, das ist natürlich der Freedman Smallbox. Dieser zweikanalige Amp basiert auf dem berühmten BE100, Kanal 1 geht von Clean bis Plexi und Kanal 2 hat einen perfekten Vintage-Rock-Tone. Bekannte Freedman-Artists sind Phil X, Steve Stevens, Dave Wiener, George Lynch, Pete Thorne, Nick Johnston und unzählige mehr. Ich spiele jetzt Szene 2. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Preset 123 heißt Message on the Moon. Dieses Preset imitiert den Sound von Police-Gitarrist Andy Summers Perfekt. Hier wird ein Dual-Amp-Setup mit Plexi-Marshell und einem Fender Twin benutzt. Alle Modulationseffekte wie Phaser, Flanger, Chorus kommen hier vor. Das ist das perfekte Preset für die Musik von Police. Ich zeige dir jetzt Szene 1. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, eh. Untertitelung. BR 2018 Das Preset 124 heißt Delay Leads. In diesem Preset haben wir drei verschiedene Delay Blöcke zur Auswahl. Das Delay, das Multi-Delay und das Plex-Delay. Ebenso haben wir vier fantastische Amps zur Auswahl. Ich benutze jetzt den Blu-Do-J Lead PAB. Dieser Dumbbell-Style-Amp klingt richtig schön fett für Blues und Vintage Rock. Ich zeige dir jetzt Szene 1. Musik Untertitelung. BR 2018 Das Preset 125 heißt Money for Something. Hier wurde perfekt der Sound des berühmten Stücks Money for Nothing von Mark Knopfler und den Dire Straits nachgebaut. Besonderheiten des Presets sind das feststehende VAR und die Benutzung des Tone Match Blocks. Das Amp Model ist der Plexi 2204, also ein 50 Watt Marshall von 1981. Ich spiele jetzt Szene 1. Das Amp Model ist der Plexi 2204, also ein 50 Watt. Das Amp Model ist der Plexi 2204, also ein 50 Watt. Hier spiele ich noch einen Song mit dem Preset 121, MF Euro. Viel Spaß dabei! Das Ampジ Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020